Vorgetankt wird die Norton Dominator mit dem unverwechselbaren Zweizylinderreintwin mit 270 Grad Zündfolge wenig über 200 Kilo wiegend Kurvengenuss auch im Bergischen und Sauerland versprechen, da mit Montmorell auch eine Dependance des Importeurs in Bergisch Gladbach ansässig ist. Das ist mir der Zeit, ich bin der Zeit, wir sagen die Töne des Grands und Sauerland. Wohl dem gefragt in den Edelmental mir über 75 Kilo wie bei 183 Kilo wie bei 1000 Kilo wie bei 100 Kilo als auch im Bergischen Garten. In der Zeitung habe ich wiederer Titel von der Zeitung und ich glaube, das ist mir der Zeitung. Untertitelung des ZDF, 2020